Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Folge 1 Vorhang auf für einen Mord Personenübersicht Alfie McAllister Entflieht der Londoner Hektik und tauscht sie gegen die Ruhe und Stille der Cotswolds ein. Leider ist die Idylle im Herzen Englands tödlicher als erwartet. Margaret Marge Redwood und Clarissa Liz Hopkins leben schon ihr ganzes Leben lang in Bunbury. Sie sind bekannt für den besten Karamell der Cotswolds. Zwischen dem Afternoon Tea und dem abendlichen Gin sind sie kleineren Schnüffeleien nicht abgeneigt. Emma Hollis liebt ihren Beruf als Polizistin. Was sie jedoch gar nicht liebt, sind die ständigen Verkupplungsversuche ihrer Tante Liz. Betty Thorndike ist eine Kämpferin. Vor allem kämpft sie für Tierrechte. Sie ist das einzige Mitglied von Bunburys grüner Partei. Oscar de Linnet lebt in London. Er ist der beste Freund von Alfie und versucht ihn zurück in die Stadt zu locken. Schließlich kann auf dem Lande jeder gut sein. Dort gibt's keine Versuchungen. Augusta Lytton, Alfies Tante. Auch nach ihrem Tod ist sie immer für eine Überraschung gut. Harold Wilson zieht ein oder zwei peint seinem Job als Polizeichef vor. Bunbury, ein malerisches Dorf in den englischen Cotswolds. Doch hinter der perfekten Fassade lauern finstere Geheimnisse. Auf dem Lande kann jeder gut sein. Dort gibt's keine Versuchungen. Oscar Wilde 1. Willkommen in Bunbury Der Sturm wurde schlimmer, und ruckelnd kam der Zug auf freier Strecke zum Stehen. Alfie spähte hinaus in die schwarze Nacht, konnte jedoch nichts sehen, außer dem Regen, der gegen das Fenster prasselte. Nichts könnte seinen Erinnerungen an die Cotswolds ferner sein. Über dreißig Jahre lagen jene idyllischen Sommerferien nun zurück, die er bei seinen Großeltern verbracht hatte. Endlose sonnige Tage, an denen er auf den Hügeln umhertollte, Wälde erkundete und sich in Bächen abkühlte. Er war glücklich gewesen, weil es keinen Grund gegeben hatte, betrübt zu sein. Als Junge hätte er sich niemals den Kummer vorstellen können, der noch kommen sollte. In seinem Gedächtnis waren ausschließlich Erinnerungen an Wochen im Juli und August. Heute war jedoch ein Tag im November. Wie hieß es noch in diesem Gedicht? Keine Wärme, keine Heiterkeit, keine Früchte, keine Blumen, kein Laub, keine Vögel. November. Seine Gedanken wurden von der Durchsage unterbrochen, die mit einem lauten Knistern begann. Entschuldigung für die Verspätung, es liegen umgestürzte Bäume auf dem Gleis. Erfi fand, dass diese Begründung zumindest ein wenig besser war als die übliche, allenthalben verhöhnte Ausrede für Zugverspätungen, es gäbe Laub auf dem Gleis. Die blecherne Stimme, deren Nervosität bei allem Knarzen unüberhörbar war, fuhr fort, »Die umgestürzten Bäume sind auf den Sturm zurückzuführen, ein Umstand, der außerhalb unserer Kontrolle liegt. Wir warten darauf, dass die Strecke freigemacht wird und entschuldigen uns bei den Fahrgästen für die Unannehmlichkeiten.« Im Waggon brach finsteres Gemurmel aus, das den Unmut der britischen Öffentlichkeit kundtat. »Also wirklich,« brummelte jemand. »So dicht bei den Gleisen dürften überhaupt keine Bäume stehen,« murmelte ein anderer. Erfi schlug sein Buch wieder auf, eine neue Oscar-Wild-Biografie, die in sämtlichen Zeitungen hymnisch gelobt worden war. Wie er nach einer Weile feststellte, war er so in Gedanken versunken, dass er automatisch die Seiten umblätterte, ohne die Worte aufzunehmen. Als er zum Anfang zurückkehrte, klappte das Buch auf der Titelseite auf. Schmunzelnd fragte er sich, was andere Leute von der in Tinte geschriebenen Widmung wohl halten würden. »Für Alfie. Genieße das Bunbury-Sieren. Oscar.« Manchmal überlegte er, ob Oscar sich für eine Art Reinkarnation seines Namensvetters hielt. Sein Freund war besessen von allem, was mit dem berühmten Schriftsteller Oscar Wilde zu tun hatte, zitierte ihn in einem Fort und war bekannt dafür, seinen Dandy-Look mit einer grünen Nelke abzurunden, dem Markenzeichen des wahren Wild-Kenners. Wenn Oscar sagte, dies sei das beste Buch, das jemals über Wilde geschrieben wurde, dann würde Alfie nicht widersprechen. Als er sich gerade daran machte, richtig zu lesen, glitt die Waggontür mit einem leisen Zischen auf und ein junger Schaffner kam herein, der merklich besorgt wirkte. Alfie vermutete, dass ihm die körperlose Stimme gehörte, die vorhin die Durchsage gemacht hatte. Unsicher erklärte der junge Mann, dass es mindestens eine Stunde dauern würde, bis die Gleise freigeräumt waren. Es wurde lauthals protestiert, die Fahrgäste klagten über verpasste Anschlüsse, besorgte Ehepartner und ruinierte Einladungen zum Abendessen. Der unglückliche Schaffner, der bereits seinen Spießrutenlauf durch die anderen Wagen hinter sich haben musste, sah aus, als er wöge, er ernsthaft wegzulaufen und zum Zirkus zu gehen. Alfie sprang ihm bei. »Es ist nicht Ihre Schuld, nur Pech«, verkündete er mit leicht erhobener Stimme, damit ihn die anderen Fahrgäste hörten. »Sagen Sie, ist der Bistrowagen noch unterwegs?« »Direkt hinter mir, Sir«, antwortete der Schaffner eifrig. »Großartig«, sagte Alfie. »Nach einer Tasse Tee sieht alles gleich besser aus.« »Dann haben Sie den hier noch nicht probiert, Freundchen, das ist Plörre«, ertönte eine Stimme vom anderen Ende des Waggons. »Oh, danke für die Warnung«, rief Alfie zurück. »In dem Fall werde ich einen Gin Tonic nehmen und alles sieht noch viel besser aus.« Es wurde gekichert und die Leute begannen, sich zu unterhalten. »Den Tee hatte ich noch nicht, aber der Kaffee ist wirklich nicht schlecht. Ich glaube, Sie benutzen diese Arabica-Bohnen, Sie wissen schon die guten. So spät darf ich keinen Kaffee mehr trinken, dann bleibe ich die ganze Nacht wach. Bei dem sicher nicht. Arabica hat viel weniger Koffein. Es ist dieses Instantzeug, das einen umbringt. »Haben Sie die Haferriegel probiert? Die sind lecker.« »Hm, nein, ich bin nicht so viel Süßes. Ich mag lieber Salt- und Vinegar-Chips.« Der Schaffner sah Alfie dankbar an, weil er die Situation entschärft hatte. »Kann ich Ihnen bei Ihrem Anschluss helfen, Sir?«, fragte er. Alfie schüttelte den Kopf. »Ich steige an der nächsten Haltestelle aus.« »Oh, in Bunbury. Wir durften keine fünf Meilen mehr davon entfernt sein. Sie könnten praktisch zu Fuß gehen.« Weiterhin trommelte der Regen gegen die Fensterscheiben. Alfie stellte sich vor, wie er sich auf den Weg durch die Dunkelheit machte, seinen Koffer hinter sich herziehend. Im Geiste sah er sich von einer wütenden Herde Kühe zu Tode getrampelt und erschauderte. Keine erheiternde Vorstellung. Denk an etwas anderes. Eine neue Stimme erklang. »Wünschen Sie etwas, Sir?« »